Sky Dumont, offene Worte über Freundin Julia Schütze. Ihre Liebe macht mich stark. Ehrliche Beichte von Sky Dumont. Der Schauspieler spricht über die schwierige Zeit nach der Scheidung von Mirja und sein neues Glück. Lange hat der große Gentleman unter den deutschen Schauspielstars ein großes Geheimnis daraus gemacht, das Beziehungsglück lieber ganz im stillen Genossen. Jetzt spricht Sky Dumont, 76, zum ersten Mal offen über seine neue Liebe, Julia Schütze, 47, holte ihn aus dem Tal der Tränen. Sky Dumont, Julia ist das Beste, was mir passieren konnte. Das für die Fans überraschende Ehe aus mit Mirja, 47, hatte den Star 2016 in eine tiefe Existenzkrise gestürzt. Gäbe es die Kinder nicht, ich weiß nicht, ob ich überlebt hätte, sagt der dreifache Vater über seine Jahre am Abgrund. Nach all der Dunkelheit eroberte die österreichische Moderatorin das Herz von Sky Dumont, ließ ihn endlich wieder lachen und den Moment genießen. Julia ist das Beste, was mir passieren konnte, sagt er heute voller Dankbarkeit. Ihre Liebe macht mich stark. Kann es ein schöneres Kompliment geben? Motsi Mabuse, Familienzorff. Im Hause Mabuse knallt es. Bei Motsi Mabuse fliegen oftmals die Fetzen. Das berichtet die Let's Dance-Jurorin jetzt in der Show von Caroline und David Kebekus. Im Hause Mabuse kann es ab und an ganz schön hitzig werden. Das verrät Motsi Mabuse, 42, jetzt in der Show von Caroline, 43, und David Kebekus, 39, wir gegen die. Die Kebekus-Geschwister-Show. Motsi Mabuse ist eine von drei Schwestern, ihr drei Jahre jüngere Schwester für Melo war südafrikanische Meisterin im Standard- und Lateintanz und ihre neun Jahre jüngere Schwester Othiele ist wie ihre große Schwester, ebenfalls Profitänzerin, Tanzsporttrainerin und Juroren. Doch wenn die drei Schwestern aufeinander treffen, fliegen oftmals die Fetzen. Bei Spieleabenden fliegen im Hause Mabuse die Fetzen. Motsi erzählt, wie ein Spieleabend mit ihren Schwestern meist verläuft, also bei unserer Familie, muss ich ehrlich sagen, wir sind richtig aggro. Bei solchen Spielen, spielen wir das untereinander jetzt immer so, ich spiele mit ihrem Mann, sie spielt mit meinem Mann, dann die andere Schwester, dann tauschen wir immer hin und her, das hilft der Familie. Sonst kommt es zu Momenten, wo wir dann nicht mehr reden miteinander, that's family, berichtet die Profitänzerin. Musik Bis zum nächsten Mal.